Wie es geht weiter mit Shadowgate? Es ist doch überhaupt kein Wochenende. Und wenn jetzt nicht Freitag ist, dann bin ich darauf jetzt überhaupt nicht als Zuschauer eingestellt, dass die Alexis da jetzt Shadowgate weiterspielt. Das geht ja gar nicht. Doch, das geht! Wir spielen Shadowgate mitten in der Woche gegen die Regeln, weil ich will nächstes Wochenende ein neues Weekend-Game endlich mal spielen und nicht Shadowgate! Ja, obwohl Shadowgate natürlich ein total tolles Spiel ist und das sollten wir auf keinen Fall dem Hexenmeister da vorne sagen. Das ist ziemlich wichtig, dass der Hexenmeister das nicht weiß. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt einfach mal weiter dem Spiel, weil ich das das letzte Mal nicht zu Ende geschafft habe. Und ich möchte das endlich zu Ende schaffen, habe ich bereits erwähnt. Ja, und deswegen machen wir das jetzt mal, ne? Ich weiß, dass man, glaube ich, hier gar nichts machen kann. Wenn ich mich nicht täusche, dann haben wir überhaupt keinen so langen Weg mehr vor uns. Und deswegen gehen wir mal jetzt da rein. Ah, meine Katze darf aber keinen Scheiß machen, ne? Oh, möchte ich hier hin? Was war denn hier? Ach so, ja, 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 ja. Okay, sie legt sich hin. Sehr schön. Manchmal muss man Tacheles reden mit Tieren. Auch mit Tieren. So. Warum bin ich jetzt hier wieder? Bin ich dann nicht wieder bei ihm? Nein, wo bin ich jetzt wieder bei ihm? Ne, ich bin richtig. Ja, hier wollte ich hin. Ja, blablabla. Ich glaube, dass man hier bei dem Schädel irgendwas zaubern kann. Äh, und das können wir bestimmt auch lesen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach nochmal ganz in Ruhe, gemütlich in diese äußerst wichtigen Schriftrollendokumente. Und irgendwie lässt sich bestimmt daraus doch wohl ableiten, was man zu tun hat. Und ich meine, in einem Let's Play gesehen zu haben, das letzte Mal vor Tagen, dass da jemand einen Zauber benutzt hat beim Schädel. Jetzt weiß ich aber nicht was und wie und warum. Die Boxen habe ich ausgemacht. Sehr schön. Und es ist ja ein Doppelton, ne? Und deswegen gucken wir jetzt mal in die Schriftrollen. Ich muss nochmal gucken, was wir haben. Oder hat er hier das Horn benutzt? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal den Stern, den packe ich jetzt mal einfach hier rein. So, den packe ich da mal rein. Und jetzt lesen wir nochmal. Wir lesen. Das erste Dokument. Was stand hier eigentlich auf dem ersten? Hier sind elementare Dokumenten wie Bla. Ich habe deinen Hund. Äh, Marcel Halloween. Nein, Schriftrollendrei. Priorität. Wir müssen koordinieren. Äh, Kanalisation. Katastrophe abwenden. Lack mir. Gruß, Lack mir. Eine Zeichnung mit sechs rechteckigen Formen befindet sich auf dem Pergament. Mehrere Linien führen zu diesen Formen und sind beschriftet. Du liest zwei dieser Aufzeichnungen. Dieser Spiegel führt in den Feuerraum und in die Burg dahinter. Und diese Spiegel brauchen magische Energie, um aktiviert zu werden. Äh, da geht es um die Spiegel. Die Handschrift, wenn Marschals schweift, den nördlichen Himmel erleuchtet und die Anordnungen in Harmonie sind, dann wirst du die Rune des Wassers, des Feuers und das alles in den Auges nehmen und sie zum großen Adel legen, der mit einem Baum sitzt. Habe ich schon. Dann haben wir den, das Scepter bekommen. So, weiter. Die Gefahr ist real, waren die umliegenden Nendereien. Ein Rhein-Wachssiegel zeigt ein Adler im Flug und ist von jemandem mit Namen Fendril unterzeichnet. Auch das hilft mir nicht. Wenn du diese Zahlen liest. Äh, dunklen Künste, beschützt sie, die Siegel um ihren Preis, der darf sie nicht bekommen, versorge ihn mit magischer Energie und benutze den Weg. Der Spiegel, um zu haben, einem Wachzug zu haben, wir leider kommen mit unter uns. Vielleicht kann unser Wetter am meisten im Vorschlag des bösen Einhandels geben. Da ging es wahrscheinlich um den Wind, elementar oder so. Fünf zu finden, drei sind eins. Ah, drei sind eins. Siehste? Daraus kann man erlesen, dass das Scepter drei Dinge. Einer gibt Zugang zum Sonnenstern, also wahrscheinlich nur einen Finger. Die silberne Kugel, das untere zu bannen, den Stab der Zeitalter, den Feind zu besiegen. Zwei vereint, der goldene Dorn, der letzte ruft das Horn aus Platin. Das ist wichtig. Ich muss mal... Was ist denn los hier? Mein Kabel ist hier sonst wo. So. Mein Kabel. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Fünf zu finden, drei sind eins. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir alle fünf Dinge schon gefunden haben. Drei sind eins, haben wir schon gemacht. Einer gibt Zugang zum Sonnenstern. Also der Finger nehme ich an. Da packen wir den Sonnenstern. Da müssen wir noch aussuchen, welcher es ist. Die silberne Kugel, das untere zu bannen. Den Stab der Zeitalter, den Feind zu besiegen. Dann benutzen wir den Stab. Zwei vereint, der goldene Dorn. Na nü, jetzt muss ich aber mal belegen. Die silberne Kugel, das untere zu bannen. Ich glaube, wir müssen... Aber da ist die Seele ja jetzt schon drinne. Bin ich verwirrt. Die silberne Kugel, das untere zu bannen. Haben wir denn noch irgendwas, was geht? Zwei vereint, der goldene Dorn. Und den Dorn, den haben wir ja schon drinne. Wir haben das doch schon verbunden. Wir haben doch sonst nichts mehr, oder? Wir bin ich verwirrt. Die silberne Kugel, das untere zu bannen. Den Stab der Zeitalter, den Feind zu besiegen. Zwei vereint, der goldene Dorn. Der letzte ruft das Horn aus Platin. Der letzte ruft das Horn aus Platin. Das Horn. Das Horn. Du legst das Instrument an deine Lippen und bläst. Eine einzelne unharmonische Note hallt durch den Raum. Vielleicht ist es ja noch nicht richtig gewesen. Okay, das war schrecklich. Irgendwas stand da noch. Du bist tot. Du bist im Arsch. Du hast es nicht geschafft. Es ist schrecklich. Der Held ist gestorben. Wir haben auch einen Namen. Irgendwas mit J. Nur nicht Jamie oder so. Ich weiß nicht mehr, wie wir hießen. Okay, das war also falsch. Müssen wir jetzt alle ausprobieren. Ich speichere mal. Wir speichern mal. Besser ist. Können wir mal gucken, ob das funktioniert. Oder vielleicht können wir das Zepter noch verwenden hier. Das Horn. Das bist du wieder falsch. Bei meinem Glück. Unharmonische Note. Das sagt doch alles. Das war's. Der Sonnenstern sitzt in steilen Fingern. Glüh, dunkelrot. Du hast das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ohne Vorwarnung schießen Flammen aus den Augen des großen Schädels und bestätigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Fatal nicht in Ordnung. Ja. Das haben wir auch gemerkt. Ja, das ist so bedauerlich. So bedauerlich. So, das war es auch nicht richtig. Dann pack das doch mal da rein. Nimm. Ja, irgendwo gehört der Stern ja wohl hin. Vielleicht müssen wir auch doch noch was anderes machen. Das muss was zu bedeuten haben. Die silberne Kugel, das untere zu bannen. Den Stab der Zeitalter, den Feind zu besiegen. Vielleicht doch erst mal den Zipter hier. Pötchabäm. Pötchabäm. Jorik. Der Sonnenstern ist an seinem Platz und wir sind beinahe fertig. Ein Auftritt wie dieser braucht eine Fanfare. Benutze das Platinumhorn. Ach so. Ja, aber ist es denn jetzt das Richtige? Wir haben... Also das haben wir jetzt noch nicht aus dem Öl. Und wenn wir noch mal sterben, ne? Oh, eine einzelne klare Note halt durch den Raum. Der Sonnenstern antwortet dem Ruf des Horns und glüht mit magischer Energie. Langsam öffnet sich der Mund des großen Schädels und ein Eingang wird sichtbar. Ja, ja, endlich werden wir den Hexenmeister besiegen werden. Können wir den Stern jetzt wieder mitnehmen? Ohne viel Waufer und kommt der Sonnenstern auf den Sternenfinger. Wir haben keine Zeit zu verschwenden, Junge. Es wird Zeit, den Scheiß hier zu beenden. Dann gehen wir noch mal rein. Die riesige Kammer zittert, als du sie betrittst und du fällst fast auf die Knie. Eine Ehrfurcht gebietende Kreatur, erfüllt von immenser Macht, schwebt über der Grube. Adern aus reiner Energie fließen aus der Grube und verschwinden durch die Grube, Grube und die Felswände hinaus in die Welt. Das ist das, was ich nicht so schnell bringen kann. Behalte, der Behemoth. Er, der hier, seit den Grunden des Weltkrieges gesammelt wurden. In ihm ist Kraft immechanbar. Kraft, das sogar die Zirkel nicht beherrschte. Wirken jetzt, als ich diese Kraft nehmen, wirken den Rücken von Talimah, der Black. Gib ihm. So. Was ist jetzt los? Oh Gott, jetzt geht's ab hier. Huh. Mehrere Wesen kommen aus der Grube und umzingeln den Koloss. Die Luft knistert durch das Ansammeln von Energie. Wieso habe ich hier eigentlich mehr... Ach je, weil zweimal Grube da schon. Das hat mich verwirrt vorhin. Ich speichere mal. Ich speichere, weil ich kann hier bestimmt sterben. Mich auch wundern, wenn nicht. So. Mehrere Wesen kommen aus der Bruder. Was mache ich jetzt? Kann ich die einfangen? Wir sollen doch das Zepter benutzen oder nicht? Um ihn zu besiegen hier. Oh. Ja. War klar. Als du deine Attacke vorbereitest, spürt der Meister extra deine Absicht und richtet einen Energieblitz gegen dich. Das dunkle Projektil verschlingt deinen Körper und verbrennt dich von innen nach außen. Was einmal Jair, so hießen wir, war Feld zu Boden, während Talima, der Schwarze, voller Schadenfreude, lacht. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! It is mine now. Die Macht ist meines, um zu regnen. Alle werden die Dreh-Lorde feiern. Niemand wird in meinem Weg stehen. Ja, so. Das geht aber wohl besser, ne? Ich bitte dich. Das schaffen wir ja wohl nochmal. Bei Fortsetz kommen wir dann nochmal hin? Ja. So, Bestie. Der Meisterhexter steht auf einer Seite und beschwört einen mächtigen Zauschbruch. Vielleicht können wir nochmal... Ja, wir gucken nochmal hier in unser Archiv, bitte. Ich will das nochmal lesen hier. Die Silber, na cool, das sind zwei vereint der goldene Dorn. Der letzte Ruf, das Horn aus Platin. Steht hier irgendwas, wie wir ihn besiegen können? Bitte kümmert euch darum, dass der Raum des Zirkus für das Ritual vorbereitet. Das Podium des Zirkus muss repariert werden. Mö, 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 mö. Ich switch mal hier so ein bisschen rein. Mein Freund, ich will Gatecube bleiben, Passage halt Ausschau. Raust hier, Bomsen und Bomsen, so. Hier, Handschrift, Fände, mich angehen, hat die Mitglied, Fände, mit dem Namen. Ich brauche Hilfe, Leute. In so einer coolen Schriftrolle. Ich glaube, da steht der Zeit. Vielleicht ja in den hinteren Schriftrollen eher. Bruder, vergibt uns. Wir haben das nicht aus eurer Unterschrift. Ja, die mit ihrem Haustier hier. Und hier kommt das mit der klapprigen Brücke. Das hilft uns doch nicht. Nein, das hilft uns nicht. Wir brauchen jetzt Power. Vielleicht können wir mit der Kugel, weil da ja die Seele drin ist von Lakmir, was jetzt ausrichten. Du benutzt den Stab der Zeitalter zum Moment der Essenz von Lakmir, fließt eine ohralte Macht aus deinem Körper durch den Stab und erzeugt ein Strauß reiner Energie. Ja, Mann. Ja, Mann. Genau das wollten wir. Jetzt bist du dran, Hexenmeister. Ja. Ja, Mann. Ruin? Ich denke nicht. Du hast gut gemacht, Großartig. Für die Behemoth ist nicht gut oder evil, sondern nur einer, der sich fast die Fates dieser Welt hält. Life, Death, War, Peace, Sorrow, Joy. Diese er wird von der Spitze verhörtert. Er hat diese Fates verhörtert, und ich, in turn, habe seine Macht verhörtert. Bis jetzt. Ja. Diese Macht verhörter ich euch an euch und bestow auf deinem Brot einen neuen Namen. Lord Jair von Westland. Fürst Jair von Westland. Verhörter es nicht und behörter es gut. Für in dir, der Zirkel, wird auf deinem Brot leben. Ja, Mann. Fürst Jair. Wir haben es geschafft. Wir haben die Burg Shadowgate bezwungen. Und das war's mit einer Metal-Musik, die ich jetzt nicht abbrocken werde. Das ist verwirrend. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich mal leise auf meinem Ohr drehen und wahrscheinlich bei euch mal ein bisschen näher rankommen. Und laut sprechen, weil sonst versteht ihr mich nicht mehr. Ja, das war's mit Shadowgate, Leute. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir sind jetzt Fürst Jair von Westland. Und ich habe keine Ahnung, wie man noch die weiteren 10.000 Steam-Erwungen schaffen bekommen kann. Wahrscheinlich musste man das Spiel mehrere Male noch durchspielen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Denn, wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, haben sich dadurch die Versionen unterschieden. Das wusste ich ja vorher nicht. Und von daher gibt es da noch einige Bereiche mehr und einige andere Sachen mehr, die man noch entdecken kann. Ich bin froh, dass wir Shadowgate irgendwie geschafft haben. Es war viel schwieriger, als ich gedacht habe. Teilweise hätte ich vielleicht sogar noch mehr in die Schriftrollen gucken können. Statt in Westpace oder so. Weil aus den Schriftrollen leitet sich auch viel ab. Wer kommt auf die Idee, diese Musik zu vermettlern? Okay. Es ist ja irgendwie ein Spiel von früher. Ich habe das nie gespielt. Ich kann mir aber trotzdem gut vorstellen, dass, wenn man es von früher kennt, dass einen das total freut, das so in so einer etwas frischeren Wind-Neuen-Abmischung hier nochmal neu zu spielen, das Spiel. Das ist, äh, Spiel-Spiel. Nochmal Spiel gesagt. Ähm, ja, weil Neuauflagen sind einfach immer was Tolles. Aber ich kenne die alte Version nicht. Äh, ist ja auch egal. Wir sind jetzt Pfüft. Ja. Ne, 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 ne. Und, mein Gott, gibt es hier Namen für die Ritter und für die Soldaten. Und, ja. Es hat irgendwie auch, was weiß ich, was für Preise bekommen, das Spiel. Ich bin aber froh, dass wir die Rätsel halbwegs gut geschafft haben. Die waren, wie gesagt, für mich nicht immer so einfach und offensichtlich. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Leute. Wir sehen uns im nächsten Spiel am Wochenende, natürlich. Es wird ein Windmügel-Spiel. Es geht weiter mit Dark Parables. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Und B, kommt nicht. Dann spiele ich nur noch Shadowgate. Von morgens bis abends in verschiedene Spielkeitsstufen. Nein, Spaß, natürlich nicht. Und ich bin ein bisschen aufgekratzt und wir sollten das jetzt beenden. Äh, ich wünsche euch noch viel Spaß hier. Muss ich jetzt noch so lange über die Metal-Musik hinwegreden? Wie es dir textil läuft? Oder darf ich einfach Schluss machen? Es gibt bestimmt viele da draußen, die es geil finden in Musik, ne? Unsere verblüffenden Kickstarter-Geldgeber. Ja, Shadowgate, Shadowgate. Ja, Shadowgate. Okay. Ich verabschiede mich dann nochmals. Wir sehen uns, Leute. Wann wir es im Wochenende spielen? Bis dann. Oh, jetzt wird es mittlere drin. Wir sehen uns, Leute. Weh! Weh! Youw! Weh! 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 For 40 years he has reigned. Jä, Lord of the Westland, the seed of prophecy. He who defeated Talimar the Black and kept the feats of the world secure in the Behemoth's grip. Oder so he thought. For from within the pit, strife had escaped. Unchecked, it moved throughout the Westland and its bordering ally, Kaltolin. And it was there, it sowed discord and discontent. And the eons old lasting peace between the two nations? Not but a fool's dream. Within Kaltolin's capital city of Gwennenthel, the change is evident. The vast port city has slowly shuttered its doors. Its great docks no longer host to the tall sails of ships from faraway lands. Its bustling streets, once replete with merchants and wayfarers, now empty. Well, nearly so. For it is here we find a small fenling, moving in plain sight as they often do. Like Lord Jair, he goes by many names, albeit all of his own choosing. Although, if you were unfortunate enough to brush against him, you might give him another thief. And so, in a dark Gwennenthel, the next tale begins. Not before a fabled door within the Gatekeeper Mountains. Nor within the depths where prophecy was fulfilled and evil overcome. Nor in a great hall where honors are given and received. Rather, it begins here in the capital city, when a fenling is apprehended and delivered to the dungeons. The Misunderstood Pilferer, Del Cottonwood. Shadowgate. Shadowgate. Veröffentlicht um 2016. Okay. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Meisterhexter besiegt und Karl Thorlin gerettet. Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Errungenschaft Held freigeschaltet. Du hast den Meisterhexter besiegt und Shadowgate gerettet. Ja, das wissen wir. Ach man, ja, toll! Nochmal, Shadowgate ist zu Ende. Da kommt noch, da kommt noch mehr und noch mehr. Nein, ich finde das ganz toll natürlich, dass da jetzt noch was kam. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass jetzt hier am Ende der Credits noch so eine coole Story kommt. Und das war auch sehr schön erzählt. Aber es macht mich leicht fuchsig, wenn die deutsche Übersetzung ein bisschen mehr mitgedacht hätte. Das wäre schön gewesen. Denn ich weiß nicht, wo oft in diesem Spiel leer mit EHR geschrieben wurde statt EER. Das verstehe ich nicht so was. Ja, ich habe mich jetzt schon mehrmals verabschiedet. Abgerockt haben wir jetzt auch schon. Ich glaube, Shadowgate ist jetzt wirklich zu Ende. Es tut mir auch wirklich, wirklich leid. Ich weiß, dass das für viele ganz, ganz traurig sein wird. Weil Shadowgate war einfach wirklich unser aller Lebensinhalt. Und eigentlich kann überhaupt kein anderes Spiel damit mithalten. Shadowgate war einfach das Spiel des Jahres. Vorbei jetzt. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das... Weiß ich wirklich nicht. Vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge noch für mich. Wo ich gucke mal auf meine Upload-Planliste, die ja auch bei YouTube verlinkt ist. Da stehen ja auch ein paar Spiele drauf, die noch kommen werden. Aber ich glaube, Shadowgate... Das war einfach richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und ich glaube, das findet ihr auch. Ich möchte auch das nochmal eigentlich von euch hören in den Kommentaren, wie geil und gut ihr das eigentlich fandet. Und das würde mich richtig, richtig doll freuen. Und deswegen verabschiede ich mich nochmals und nochmals. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Bis dann.